Raum zum Leben, Raum zum Arbeiten, Raum für eine Maisonet-Wohnung mit Aussicht nach Süden, mit Panoramaverglasung und einem über 80 Quadratmeter großen Wohnzimmer, das Sie in wenigen Minuten zum überdachten Balkon öffnen können. Ist das eine Perspektive für Sie und Ihre individuellen Wünsche ein extravagantes Wohnen? Eine Etage tiefer gibt es dort, wo früher ein schnödes Lager Waren seine Heimat gab, gibt es heute Raum für weitere Ideen, wie zum Beispiel die Wellness-Oase, ein Schlafzimmer mit begehbarem Kleiderschrank, Homeoffice sowie weiteren Raum für Fitnessraum, Hobby oder Beruf. Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf und entdecken Sie die Möglichkeiten dieser einmaligen Räumlichkeiten. Denkbar sind zum Beispiel auch zwei Garagen mit elektrischem Sektionaltor, so dass Sie in einer Gegend mit wenig Parkraum sich auch um dieses Thema keine Gedanken machen müssen, egal wann Sie auch nach Hause kommen. Wollen Sie sich selbst einen Eindruck verschaffen? Gerne zeige ich Ihnen dieses auch mal live. Am besten rufen Sie mich gleich mobil an unter 0171 507 3x4 7. Ihr Frank Böckler 1. 1. 2. 3. 6.